Was geht ab? Herzlich Willkommen hier auf dem Kanal von Plakos. Heute reden wir über die Bundeswehrübungsplätze bzw. Truppenübungsplätze. Was da gemacht wird, wofür sie da sind und ja, die gibt es auch hier bei uns so in der Umgebung und auch bei euch in der Umgebung gibt es diese Truppenübungsplätze. Müsst ihr mal drauf achten, wenn ihr an Wäldern vorbeifahrt oder sowas. Manchmal stehen da so weiße Schilder, wo dann drauf steht, Bundeswehrgelände, Betreten verboten, Schusswaffengebrauch. Das sind dann solche Truppenübungsplätze. Ich möchte euch heute ein bisschen was erzählen, was man macht man auf diesen Truppenübungsplätzen. Was habe ich da gemacht und wie man sich das ungefähr vorstellen kann. Ich erzähle jetzt eine kleine Geschichte aus meiner Zeit in München beim Feldwebelehrgang, weil ich finde, das war die interessanteste Übung, die ich gemacht habe. Wenn uns noch Zeit bleibt, können wir noch die von einer allgemeinen Grundausbildung erzählen, aber die aus München war auf jeden Fall interessanter. Es war so, dass wir ungefähr zwei Monate in München auf dieser Feldwebelausbildung waren und wir quasi in der Zeit ja natürlich alles gelernt haben, was ein Feldwebel wissen muss und das natürlich auch irgendwann anwenden müssen. Und das ist quasi immer der gleiche Verlauf. Man lernt erst etwas, man lernt es erst trocken in der Theorie, dann lernt man es praktisch und wendet es dann in einer Übung quasi an. Das ist ungefähr der Ablauf bei der Bundeswehr. Also es war so, im Feldwebelehrgang haben wir wirklich sehr, sehr viel gelernt. Und wir mussten auch sehr viel lernen über unsere Rechten, über unsere Gesetze, über unsere Pflichten und alles Mögliche. Und auch natürlich detailgenau kann ich jetzt nicht, möchte ich oder darf ich vielleicht auch nicht, so viel wiedergeben, was wir gelernt haben. Es war auf jeden Fall sehr interessant und man hat sehr viel dazugelernt. Sei es jetzt im sportlichen Sinne, sei es auch im kopflichen, köpflichen, 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 im Kopf einfach sehr viel dazugelernt. Und was man auch für eine Verantwortung als Feldwebel hat, wurde einem dessen dann in diesem Lehrgang auch bewusst. Es ist also so gewesen, dass wir quasi eine Übung hatten, wo wir rausgefahren sind ins Gelände und unsere Übung bestand dann darin, uns von daraus zu orientieren, mussten dann quasi durch einen Ort laufen, der in München war. Und diesen Ort mussten wir erkundschaften, wo gibt es eventuelle Gefahrenstellen, wo könnten Feinde, sag ich mal, eintreten. Also unsere Übung war im Endeffekt, wir sind an einem Ort, wo wir uns durchschlagen mussten. Wir mussten ein Ziel finden, aber wir mussten natürlich auch Gefahren erkennen und beseitigen. Ja, um das jetzt mal einfach zu erklären. Ja, wir sind an einem Punkt gestartet, wir wurden da rausgelassen mit Kompass, mit einer Karte und uns wurde dann gesagt, alles klar, wir treffen uns an diesem Standpunkt wieder. Und sind dann halt quasi losmarschiert nach Karte und Kompass. Uns wurden Koordinaten gegeben, die wir natürlich dann durch das Erlernte vorweg, durch Karte und Kompass, dann natürlich anwenden konnten. Haben das angewendet, sind dann durch das Dorf marschiert, haben uns dann angeguckt, okay, hier sind eventuelle Gefahrenstellen, hier könnte man sich verschanzen und so weiter und so fort. Haben das Ganze ausgekundschaft, das Dorf war relativ cool, die kannten schon alle die Bundeswehrsoldaten, also natürlich nicht jeden persönlich, aber die wissen halt, dass da immer alle drei Monate jemand durchs Dorf läuft von der Bundeswehr, weil halt alle drei Monate diese Lehrgänge sind. Das war auf jeden Fall relativ witzig anzusehen. Und ja, wir dann dadurch quasi haben unsere Möglichkeiten angewendet, die wir vorher gelernt haben, sind dann irgendwann durch unser Gelerntes an dem Zielpunkt angetroffen. War dann so, dass wir an einem Haus waren, auf einem kleinen Gipfel und in diesem Haus haben wir dann quasi übernächtet. Ja, das war dann quasi unser Schlafort. Da haben wir dann gepennt mit 48 Leuten in einem Raum, so wie Frauen und auch Männer in einem Raum. War aber nicht schlimm, ganz entspannt, war alles easy. Ja, bei der Bundeswehr ist einfach so, ist normal. Irgendwann gewöhnt man sich dran. Am nächsten Tag haben wir dann unser Erlerntes, das Schießen. Im, sag ich mal, unsere Schießen gehört immer viel dazu. Körperhaltung, Schützenreihe, Schützengasse. Ja, es sind so bestimmte Formationen, die man hat, die man dann quasi anwenden kann. Ob man jetzt so läuft mit einer Gruppe oder ob man versetzt von vorne hin nach hinten läuft. Das kommt immer hier drauf an. Das haben wir halt auch im Feldwebelehrgang gelernt. Haben es dann am nächsten Tag angewendet. Haben es dann wirklich erstmal langsam ausprobiert. Irgendwann wurde es dann quasi immer schneller und immer, 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 immer schneller. Bis es irgendwann im Kopf drinne war und wir einfach auf Schnipps oder auf Zuruf direkt wissen, okay, da stehe ich, da stehe ich, da stehe ich. Und muss halt in meine Richtung wirken. Und das haben wir dann angewendet. Dann ging es halt weiter quasi über Leben in der Wildnis. Hört sich interessant an, war auch interessant. Und haben dann quasi das Erlernte. Wie macht man Feuer? Wie wählt man den richtigen Gruppenort aus? Wo sollte man seine Übernachtungsstelle platzieren? Was ist wichtig? Was müssen wir beachten? Was muss man beim Feuermachen beachten? Alle möglichen Dinge haben wir dann angewendet. Haben dann die Nacht in diesem Waldstück verbracht mit unserem Zelt. Und auch in der Grundausbildung lernt man, wie man ein Zelt macht. Aber im Feldwebe lernt man, wie man ein geiles Zelt macht. Und genau, das haben wir alles angewendet. Und am nächsten Tag ging es dann quasi in die Abschlussphase, wo dann wir quasi ein Gefecht hatten, wo dann eigentlich wirklich alles zusammenspielte. Mit Schützenreihe und Formation. Und wer wirkt in welche Richtung? Was wird beschossen? Wie ziehen wir uns zurück? Wie können wir ausweichen? Alle möglichen Formationen, Tricks und alles das haben wir in diesem Gefecht, sage ich dann mal, geübt. Wir hatten auch echte Feinde, sage ich mal so. Es waren unsere Gruppenleiter, die dann sich im anderen Waldstück verschanzt haben und uns angegriffen haben mit Rauchbomben, mit Signalpistolen, alles Mögliche. Es war schon die allergeilste Erfahrung, die ich in meinem Leben gemacht habe, weil es sich in irgendeiner Art und Weise schon echt angefühlt hat. Und wenn man den Zeitpunkt erreicht, wo man mit dem Kopf im Geschehen drin ist, dann spielt auch keine Rolle mehr, ob du nicht mehr kannst, ob du nicht geschlafen hast, ob du völlig fertig bist oder was auch immer. Du hast in diesem Zeitpunkt einfach mega viel Kraft und Ausdauer und alles Mögliche. Also das passt schon auf jeden Fall. Ja, das war dann quasi unsere Übung, die wir gemacht haben auf dem Übungsdruckengelände und sind dann quasi von dem Gefecht, was wir erfolgreich beendet haben, ja, sehr geil, sind wir dann quasi zurückmarschiert, hatten dann auf dem Rückweg natürlich, ja, man marschiert nicht einfach zurück. Wir hatten natürlich dann auch eine kleine Panne, wir hatten einen Verletzten, einen Verletzten, ne, den wir dann quasi eine Trage bauen mussten und den dann quasi zu unserem Gebäude wieder zurücktragen mussten. Um eine Strecke, um die sechs, sieben Kilometer. Ging aber alles, ja. Weil wir ja, wie gesagt, vorher gelernt haben, wie baut man eine Trage, wie können wir das am besten machen. War geil. War auf jeden Fall geil. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es war für euch ein bisschen interessant, das mal zu hören. Ich hoffe, ihr erlebt auch mal sowas bei der Bundeswehr oder habt sowas schon mal erlebt und ich freue mich, dass ihr da gewesen seid. Habt noch einen schönen Tag, haut rein, ciao. Bis zum nächsten Mal.